Hey Leute, das ist der Buhig und willkommen zu einem weiteren Text United Bundesliga-Orakel-Video auf meinem Kanal. Gestern habe ich die Bayern-Orakel, natürlich muss ich heute das Dortmunder Spiel orakeln, das ist ja ganz klar. Es geht um die Meisterschaft, die Dortmunder müssen gewinnen hier in Augsburg in der WWK-Arena. Vier Päckchen sind am Start und ich sage auch, dass die Dortmunder gewinnen werden. Ich sage nur 0 zu 2, was sagt ihr? Schreibt eure Tipps in die Kommentare und dann gehen wir rein ins Orakel und starten mit dem KSC. Hoffenheim, Hertha, Hoffenheim, Köln, Regensburg und Hannover 96. Mainz, Freiburg, Hertha, Hoffenheim, Köln, Freiburg, Schalke 0-0 nach der ersten Halbzeit. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wo ist Jude? Wo ist Alea und wie sie alle heißen? Marco, wir wollen Tore sehen. Tore, 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 aber so funktioniert es nicht. Bundesliga-Logo, Giekewitz. Das ist jetzt noch der Worst Case, aber wenn sowieso nichts kommt, ist es sowieso egal. Und es war egal, dass Raphael Giekewitz am Start war, weil er hat sowieso keinen Schuss quasi pariert. Und somit geht es hier 0 zu 0 aus im Orakel Augsburg gegen Dortmund. Und ob es das gewesen ist, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie die Bayern gestern gespielt haben, weil ich dieses Video im Voraus aufnehme. Deswegen weiß ich nicht, ob die Bayern gestern gewonnen haben in München gegen Leipzig. Ich bedanke mich, ihr wisst es, ihr seid schlauer. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht hier heute, Augsburg gegen Dortmund. Haut rein, ciao, ciao. Ich bin gespannt, wie das war.